Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Woher kommt eigentlich das Gefühl, immer etwas leisten zu müssen? Wenn Du einen intrinsischen Leistungsdruck verspürst, das heißt, denkst immer etwas tun und leisten zu müssen, dann hast Du Dir diese Frage wahrscheinlich schon hier oder da gestellt. Und mir ging es so ähnlich, Nichtstun war niemals meine große Stärke. Seitdem ich denken kann, bin ich mehr oder weniger ein Arbeitstier. Und lange Zeit hielt ich das auch wirklich für eine nur positive Eigenschaft. Es ist ja auch eine positive Eigenschaft, fleißig und engagiert zu sein, aber nicht nur eine positive Eigenschaft. Immer wenn ich dann von jemandem Lob oder Komplimente bekommen habe, dann hat mich das darin bestätigt, dass es gut ist, dass ich fleißiger bin als andere, mich mehr anstrenge, mehr Zeit investiere. Eines Tages aber habe ich dann festgestellt, dass mir der stetige, wenn auch oft positive Leistungsdruck dazu führt, dass ich immer wieder ausgelaugt bin. Und dann habe ich angefangen, mein Verhalten zu hinterfragen. Und da bin ich auf den weit verbreiteten Glaubenssatz, den sehr viele Menschen kennen, nämlich auf Ich muss immer etwas leisten, um wertvoll zu sein, gestoßen. Und genau um diesen Glaubenssatz und der Leistungsdrang, der dadurch durch diesen inneren Glauben hervorgeht, geht es in der heutigen Podcast-Episode. Und damit du gleich mal siehst, ob du hier richtig bist, habe ich einige Anzeichen für einen intrinsisch übertriebenen Leistungsdruck, beziehungsweise den Glaubenssatz, ich muss immer etwas leisten, um wertvoll zu sein, mitgebracht. Schau mal, wie viele der Anzeichen auf dich zutreffen. Ich werde sie nacheinander vorlesen und du zählst einfach mit. Du fühlst dich abends schlecht, wenn du tagsüber nicht oder wenig produktiv warst. Du bist selten bis nie krank und selbst wenn, schleppst du dich trotzdem in die Arbeit oder zumindest vor den PC. Das Lebensmotto, das du hast, ist ohne Fleiß kein Preis oder zumindest ist es eines, das gut zu dir passt. Du tust gerne etwas für andere, weil du dich danach besser fühlst. Wenn du negatives Feedback bekommst, entstehen rasch Selbstzweifel und es geht dir mental nicht besonders gut. Wenn du nicht arbeitest oder sinnvolle Dinge im Haushalt oder in der Arbeit machst, fühlst du dich überflüssig. Du fühlst dich am Ende eines leistungsintensiven Tages immer besonders gut. Wenn du gelobt oder deine Arbeit geschätzt wird, verspürst du große Freude. Du machst kaum echte Pausen, lieber füllst du Tageslücken mit sinnvollen Zwischentätigkeiten. Andere Menschen oder Menschen, die dich gut kennen, würden dich als sehr fleißig beschreiben. Ein unangenehmes Gefühl überkommt dich immer dann, wenn du alleine bist und nicht mit Aufgaben oder Arbeit beschäftigt bist. Wenn drei oder mehr der obigen, also der aufgezählten Anzeichen, auf dich zutreffen, du dich also angesprochen fühlst, dann hat der Leistungsdruck in deinem Leben einiges mitzureden oder sogar schon die ungesunde Überhand übernommen. Es ist also höchste Zeit, dagegen anzukommen. Aber zuerst, bevor wir zu den möglichen Lösungen kommen, schauen wir uns mal an, woher dieser intrinsische, also dieser innere Leistungsdruck, getriggert durch den Glaubenssatz, ich muss was leisten, um wertvoll zu sein, überhaupt kommt. Und dafür gibt es drei Hauptursachen. Natürlich gibt es noch mehr Ursachen, aber wir gehen jetzt mal auf die drei Hauptursachen ein. Die erste Ursache ist die Vergangenheit bzw. deine Kindheit. Wir alle brauchen Liebe und Anerkennung von unseren Mitmenschen. Das ist für uns Menschen wie für die Blumen, das Sonnenlicht und das Wasser. Wir brauchen es zum Überleben. Und bekommen wir diese Liebe und Anerkennung nicht, dann schaut es in unserem Inneren sehr schnell düster aus. Und ähnlich verhielt sich das bereits in unserer Kindheit. Als Baby wurden wir bedingungslos geliebt. Wir mussten nichts tun, sind nur herumgelegen, haben genuckelt und gekackt und wurden bedingungslos dafür geliebt, dass wir einfach nur da waren. Später aber hat man die Liebe oder die Anerkennung sehr oft oder immer öfter an Bedingungen geknüpft. Ein paar Beispiele dafür. Der Jubel der Eltern, wenn wir im Sportverein oder beim Fußball einen Erfolg hatten. Oder die Kritik, wenn wir etwas nicht erwartungsgemäß erledigt haben. Oder das Lob, wenn wir den Abwasch freiwillig gemacht haben. Oder eben die Enttäuschung, wenn wir schlechte Noten nach Hause gebracht haben. Das alles kann dazu geführt haben, vor allem wenn es sehr, sehr häufig war, dass du als Kind geschlussfolgert hast, dass du nur dann gut genug liebenswert und wertvoll bist, wenn du etwas Positives leistest. Je intensiver wir für Leistung gelobt und für das Nichtstun oder Fehlermachen kritisiert oder ignoriert wurden, desto stärker ist die Prägung, die sich dann im Hier und Heute auf dein Erwachsenenleben auswirkt, nämlich der Drang, immer etwas leisten zu müssen. Warum? Wenn wir glauben, nur dann geliebt zu werden, wenn wir etwas erschaffen und tun, so tun wir dies natürlich, weil wir die Liebe und Anerkennung unserer Mitmenschen brauchen, damit es uns gut geht. Die zweite Ursache ist der Selbstwert. Der Selbstwert entsteht meist auch in der Kindheit, baut sich dann in der Pubertät und vor allem in den ersten Lebensjahren weiter auf. Wenn der Selbstwert sehr gering ist, ist das auch eine Ursache für den Drang, immer etwas leisten zu müssen. Denn umso wertloser du dich fühlst, desto mehr versuchst du deinen Wert dadurch zu erhöhen, indem du etwas für andere tust und leistest oder in einer Sache besonders gut bist oder einen herausragenden Erfolg hast. Das heißt, du versuchst das Gefühl, ich bin wertlos, zu verdrängen, indem du nach außen hin beweist, da schaut her, ich mache dieses und jenes, ich bin doch wertvoll. Und die dritte Ursache ist natürlich auch die Gesellschaft. Denn auch diese setzt uns unter Druck. Leistung gehört heutzutage zum Programm. Die unzähligen Möglichkeiten, die wir haben, die stetige Erreichbarkeit, sowie auch die Medien, die uns immer wieder vormachen oder vorzeigen, wie ein perfekter und leistungsstarker Mensch zu sein hat. Und das alles verstärkt natürlich das Gefühl, nichts wert zu sein, wenn wir nichts leisten. Was sind die Auswirkungen vom Glaubenssatz, ich muss immer etwas leisten, und vom Verhaltensmuster, nämlich auch wirklich fast immer etwas zu leisten, dazu? Dauernd unter Leistungsdruck zu stehen, und sei es auch nur ein gedanklicher Leistungsdruck, führt zur Ausschüttung von Stresshormonen. Das bekannteste ist das Cortisol. Und zu viel Cortisol lähmt unsere Fähigkeit, positiv und auf einer Lösungsebene zu denken. Das heißt, das Erste, was passiert ist, unsere Probleme intensivieren sich, weil wir schwer oder kaum lösungsorientiert und positiv denken können. In diesem Zustand ist es außerdem so gut wie unmöglich, Glückshormone auszuschütten. Also wenn jemand sehr unter Druck und Stress steht, schüttert er kaum Glückshormone aus. Und das nähert natürlich die allgemeine Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Und außerdem haben wir alle nur begrenzte Energieressourcen zur Verfügung, logischerweise. Wenn wir stetig leisten, gibt es zu wenig Zeit, in der wir unsere Batterien wieder aufladen können. Und das Cortisol wird also nicht abgebaut. Und neben Verspannungen und innerer Unruhe können so langfristig auch schwerwiegende Erkrankungen ausgelöst werden, wie zum Beispiel Angst, Panikattacken, Depressionen oder Burnout. Gut, wir kommen zu den Lösungsmöglichkeiten oder zu Lösungsansätzen. Ich habe dir drei Gedanken oder drei Impulse mitgebracht, die dir helfen können. Der erste Impuls ist eine Nachricht von mir an dich. Eine ganz, ganz wichtige. Lass sie auch wirklich zu deinem Herzen durchkommen. Wir lieben Menschen und nicht ihre Leistung. Liebt eine Mutter ihr zweites Kind mehr, weil es in Mathe eine H1 hat, während der Erstgeborene nur eine 4 nach Hause bringt? Ich glaube nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Müssen dein Partner, deine Kinder oder deine besten Freunde etwas leisten, damit du sie liebst? Vermutlich auch nicht. Wir lieben den Menschen und nicht seine Leistungsfähigkeit. Und genauso lieben dich alle Menschen in deiner Umgebung. Nicht für das, was du an einem Tag alles schaffst oder wem du hilfst, sondern dafür, weil du bist. Zweiter Impuls. Du musst nichts leisten. Wähle einfach die richtigen Gedanken. Irgendwo tief in uns drinnen hat sich die Überzeugung, ich muss etwas leisten, um zu gelten und geliebt zu werden, manifestiert. Und dieser Kerngedanke führt dazu, dass du ständig eine übervolle To-Do-Liste hast. Dass deine To-Do-Liste immer länger und länger wird. Aber müssen wir wirklich? Überleg doch mal, was im Leben musst du wirklich? Du musst atmen, ja. Du musst essen, ja. Du musst schlafen, ja. Und dann gibt es gar nicht mehr so viele Dinge, die du wirklich musst. Einige Dinge sind natürlich notwendig, aber vieles ist für unser Überleben nicht zwingend notwendig. Zum Beispiel die perfekt aufgeräumte Wohnung, der wöchentliche Besuch bei Dante Lilly, die dritte Sporteinheit diese Woche oder das Faschingskostüm selbst zu nähen, anstatt es vielleicht irgendwo beim Kostümverleih zu leiden. Wenn du dein Leben entstressen und vom Glaubenssatz, ich muss immer etwas leisten, loskommen willst, musst du damit beginnen, die Dinge von deiner Ich-Muss-Liste auf die Was-Solls-Liste zu setzen. Vielleicht machst du diese Listen auch wirklich in physischer Form. Es kann wirklich helfen, um herauszufinden oder dir noch klarer zu machen, was du eigentlich nicht musst. Es gibt nur wenige Dinge, die du wirklich musst. Und für die anderen darfst du dich entscheiden, dafür oder dagegen. Und wenn zu viel auf deiner To-Do-Liste ist, dann ist es an der Zeit, dass du dich gegen das ein oder andere entscheidest. Und mein dritter Impuls, erkenne deinen Wert. Wenn du langfristig von deinem inneren Leistungsdruck wegkommen willst und die Leichtigkeit, die du bei anderen vielleicht so sehr bewunderst, nach der du dich sehnst, in dein Leben einladen willst, dann ist es unumgänglich, dass du beginnst, wieder zu verstehen und zu spüren, wie unendlich wertvoll du bist. Und zwar einfach deiner Selbstwillen wegen. Weil du auf dieser Erde bist, entsteht Liebe. Weil du auf dieser Erde bist, ist ein Mensch glücklicher. Weil du auf dieser Erde bist, schläft ein Mensch besser ein. Weil du auf dieser Erde bist, ist sie ein kleines Stück weit besser und schöner. Und wenn du genau diese und ähnliche Sätze tief in deinem Herzen als Wahrheit verspüren möchtest, dann lade ich dich als Erster dazu ein, falls du es noch nicht gelesen hast, dir mein Buch, es ist ein Geschenk, das es dich gibt, zu holen. Und ja, wenn du das dann noch weiter vertiefen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dir meinen Selbstliebe-Lehrgang, mein 9-Wochen-Herzensprogramm, das schon vielfach bewährt ist, in der Variante nur für mich oder selbst liebe Trainer dir anzusehen. Mehr als 2000 Menschen haben es dadurch bereits geschafft, einige ihrer beschränkenden Glaubenssätze endlich loszulassen, Stress und Blockaden zu lösen und den Schritt in ein erfülltes Leben zu schaffen. Alle Infos dazu findest du im Link unten in der Bio. Und wo wir gerade bei diesem schönen Thema oder ich gerade den Satz gesagt habe, den Schritt in ein erfülltes Leben, dazu habe ich auch noch etwas für dich, nämlich mein aktuell hundertprozentig kostenloses Workbook vom Mangel zur Fülle. Ein 16-Seiten-Workbook, das dich dabei unterstützt, von deinem Mangelbewusstsein in ein Füllebewusstsein zu kommen und so Lebensbereiche, in denen du aktuell noch Sehnsüchte und Mangel verspürst, in die Fülle hinzubewegen. Und auch dazu findest du den Link unten in der Bio. Ja, und zum Abschluss wünsche ich dir viele gute neue Gedanken, die dich einmal mehr zum Sein statt zum Leisten motivieren. Herzlich, deine Melanie